so so hallöchen also unsere eismaschine steht soweit habe ich hier alles ja und jetzt machen wir uns an den reaktor vorher zeige ich euch an das reaktor gebäude zeige ich euch jetzt noch meine verschönerung des gebäudes ausbau des gebäudes so schaut das jetzt hier aus das nehme ich nicht auf es dauert mir einfach zu lange so gebäude bauen zumindest das hier und hier haben wir wieder mit redpower kabeln die lampen verbunden und verkleidet schon zwar ziemlich mühselig weil ich immer alles erst schneiden muss neue teile holen und naja so wenn wir jetzt hier reingucken sind hier die lampen auch so ein bisschen abgesetzt das ist so ein experiment gewesen ich probiere halt immer mal was anderes so schaut das aus oben läuft das kabel und die abdeckung und dann kann man die lampe einfach einsetzen fertig nicht schlecht einfach sich hier ist unsere eismaschine ich habe die texturen jetzt noch mal so überarbeitet dass man auch was sieht was hier passiert von oben und dieses high voltage da weggenommen wer immer das erstellt hat also hat mit technik nichts am hut gehabt jetzt passt das jetzt sieht man auch hier bei dem kompressoren wenn die dann aus sind hier dann ist das einfach die lampen sind dann immer noch so da ja aber viel besser als vorher und bei dem pumpen sieht man das jetzt hier oben auch wenn man hier oben drauf stehen würde das blau bedeutet aktiv und wenn so ist dann ist es inaktiv so sieht aus gut was haben wir schon in der kiste eine ganze menge weil ich ja hier am haus gebaut habe und in der zeit hat er natürlich fleißig produziert wir lassen ihn auch weitermachen er soll das kistchen voll machen und ich mache mir dann gedanken wie wir das abschalten und detektieren oder wie auch immer ich weiß es noch keine ahnung ich hätte doch noch irgendwas gemacht naja egal so stelle ich mich mal hierher dass ihr das sehen könnt hier hinten seht ihr eine plattform das ist einfach dreck gezogen da weg setzt das gras schon hin ne scheiße das gras da hinwächst da oder können wir die zeit messen wie lange das gras wächst in der bestimmten zeit bis hierher also das hier wird die außenhülle unseres reaktoren hier außen die ist jetzt meines wissens 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 mal 13 13 ungerade zahlen das haben wir danach hier sechs und innen wieder eine ungerade zahl 5 das heißt die türen liegen immer mittig der eigentliche reaktorkern befindet sich in der zweiten hülle also das modell was ich bei meinem ersten 1 7 3 reaktor umgesetzt habe was ich auch schon früher ein 1 6 6 glaube ich das kann sein angewandt habe hier in der mitte wo die fackel jetzt sitzt dann der reaktor und zwar in einer wanne aus rein position die innerhalb vom meer liegt unter dem spiegel die sache wird dann so sein der reaktor wird dann glaube ich hier liegen auf diesem block dreck und noch eins nach unten gehen also er liegt in der wanne im meer und die außenhülle die geht natürlich nach oben und die geht aber auch nach unten weil wir unten noch eine kammer dran machen unter diesem inneren sarkophag wo dann die steuerung sitzt also die elektronik und so ein kram das sitzt dann alles unten drunter und ja so ist der plan was wir jetzt machen müssen wir brauchen jede menge rainforce und stone dann ziehen wir nach unten zuerst die wanne also die innere wanne und die äußere hülle ebenfalls nach unten wie weit weiß ich noch nicht wird sich zeigen warten noch hier innen haben wir jeweils drei platz das heißt unser zeug von unserem modell habe ich schon mal geguckt das müsst ihr alles reingehen soweit die theorie habe ich was vergessen nicht bloß dass wir eine tonne material brauchen und ich werde jetzt gleich eine bestellung aufgeben was sagt man eigentlich auto miner ja kleine soll ich das jetzt wirklich machen nein das mache ich dann irgendwie ich habe so viel material mir kommt es in uhren raus ich habe keinen bock auf dem typ so die heizt immer noch auf 66 prozent ist egal was wir jetzt brauchen wir bräuchten stein weil wir ja hier rainforce stone brauchen das ist so das erste bis die anlage jetzt warm ist ist das auch wieder so eine sache ich gehe jetzt mal los auch noch ein bisschen stein ab so zwei stecks dass wir ein bisschen was zum bauen haben und dann kling ich mich wieder ein also bis gleich so also was habe ich jetzt genau vier stecks habe ich ein bisschen kohle noch dazu und eisen war doch da hier ein bisschen eisen noch ach die nehmen wir nicht die drei jetzt geht es zurück bin ich ja richtig scheiße ich habe mich schon wieder verlaufen nein nein ich muss hier hin muss hier hin ich glaube so 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 cool jetzt habe ich die mucke auch angehalten dunkel wird es macht aber nichts das macht ihn ja ui da guck in die erde ich muss mein leppi weg gleich austauschen die hose müssen wir aufladen ist ganz schön nieder so bad was sind freps wieder unmöglich so was hier dann haue ich die gleich hier durch die anlage ist jetzt heiß dann gebe ich gleich noch mal was in auftrag und zwar noch mal stein und zwar müssen wir jetzt kupfer bronze glas clean stone hier und da machst du mir nochmal 256 müsste eigentlich gehen so dann haben wir das schon mal wie schaut es ja aus gleich die nächsten beiden dann rein ja jetzt wird es richtig schön materialintensiv da geht was weg finde ich eigentlich richtig toll der lädt sich jetzt ja auf ist mir egal ob der sich auflädt so und hier haben wir irgendwo noch reicht das ne nicht ganz gucken wir mal so jetzt mal den stein und dann gucken wir weiter das war doch cleanst du ne was man brauchte so 64 64 64 ne das sind ja schon mal drei steckis ähm rain faucet glass wir haben auch viel brauchen schätze ich machen wir erstmal ein ich baue das sowieso jetzt noch nicht rein das ist wieder so eine beschissene ungerade zahl hier was da rauskommt so 56 1 2 3 4 5 6 7 63 naja die nehme ich auf so und reaktorplatten das mache ich dünne jetzt tun wir erstmal ein bisschen bauen was mache ich jetzt mit der kohle unten reinschmeißen da kommt der cleanstone naja mach du mal der hier ist auch durch das reicht mir erstmal ich weiß wo das zeug ist was hier los irgendwie produzieren die strom oder was auch immer ach für die hose die hose muss ja auch aufgeladen werden so und jetzt ersetzen wir wie machen wir das jetzt am blödsten erstmal hier eins nach unten so und jetzt können wir von innen schön gemütlich bauen so wat das wird die hülle die äußere hülle bei mir hat das immer zwei hüllen na super echt der wird wahrscheinlich jetzt absaufen nein ich hab ihn äh hilfe ich bin hier hoch mensch das ist wieder ein highlight da nein jetzt reicht es aber klein dann geht schon ein strudel hier los aber ist egal wenn wir die wanne dann einmal hier unten haben das ist jetzt sehr anstrengend umdenken ich glaub zurück ist man fast schneller dran ne ich hab auch den stein überarbeitet wie ihr sehen könnt ich hab den nämlich so kleine bömpel gegeben dass der so was metallisches wieder hat nein ach mensch scheiß dreck so jetzt tun wir uns schon leichter was ist denn das hier von kack nein nein mein guter den tauche ich jetzt der bleibt hier unten nicht liegen in dieser gottlosen erde so sehr schön dann steht das schon mal und jetzt machen wir hier dasselbe nochmal ich überlege gerade ob das sinnvoll ist wenn ich jetzt tue ich mache jetzt mit euch die zwei rein scheiße echt zum kotzen dann klinge ich mich aus und mache das hier irgendwie weiter naja geht doch schon ist ein bisschen anstrengend vom ton ne das war's schon ein stecki schon weg oder was Hilfe stimmt das jetzt so wird es laufen das muss weg hier das ist wieder so ein grafikfehler gewesen oder wenn sobald ich mich drehe ne jetzt oh Gott also so werde ich jetzt erstmal eine kleine wanne nach unten bauen ich werde das hier außen rum noch ziehen und dann zeige ich euch den nächsten schritt bis gleich so es ist zwar dunkel aber egal ihr könnt einigermaßen was sehen hier ne ich werde jetzt mal die monster so ein bisschen aktivieren ich möchte nicht mehr friedlich sein ich möchte ein böser junge sein so ich habe nämlich keinen stein mehr und was habe ich jetzt hier in die tiefe gebaut zwei und hier bin ich ja nicht ganz außen rum hier fehlt noch was ein paar steine irgendwo hier unten bin ich bei der dritten reihe zwei reihen haben wir schon der reaktor liegt wenn wir dann hier kommen wir laufen nicht übers wasser sondern auf dieser ebene auf dieser wasserebene der reaktor liegt dann hier wenn wir hier kommen liegt der reaktor ich wollte ihn eigentlich nicht ganz innen rein sondern genau eins über meeres spiegel dass die untere kammer die untere reaktorkammer im wasser liegt eigentlich wird dann alles mit wasser aufgefüllt aber ist egal so monster sind an die müssen jetzt hier irgendwie rumsparen ein skelett ist in unserem melonenfeld enderman kann ja nichts klauen so ich habe nichts mehr kein stein jetzt mal jetzt mit dem scheißeisen ich möchte nicht hinten in unsere ja wie schon hier das lagerteilchen da also kommst du hier rein hier ist stein der ist fertig mit liefern vier stecks noch mal geliefert die beiden könnte ich mal da lassen so ist das alles an adventure aloi ich hatte hier unten noch was im menü habe ich gerade gesehen das zeug geht weg wieder an der semmel naja mich stört es nicht zwei drei vier so ja dann heißt es bronze noch bestellen dann mach doch mal metall und liefere mir bitte 128 bronze das wird zwar nicht gibt nicht 124 maximal ach scheiße bronze b so 124 komm liefert das ich glaube das war so ein fehler das zu bestellen nee das passt schon so dann können wir hier gleich noch mal das alles weg machen so in etwa mal sehen was wir rauskriegen ach so das sind schon auch naja das war jetzt voll von arsch aber es war es reicht das noch? nee ach ja naja naja das war ja halb so schlimm naja das war ja halb so schlimm hm fliegen jetzt die sechs teilchen rein hier von den lustigen süßigkeiten oh gott was für'n lärm so die hose müsste aufgeladen kommen ja das ist voll einstrengend das jetpack irgendwie ist der solrhelm in der neuen typischen news version hewann der braucht wounds Ganzen bis der irgendwas aufgeladen hat so dann hier noch mal bis da alles andere haben wir da brauche ich den Helm die Monster sind ja ein Uhu keine zu sehen da war doch so ein Skelett vielleicht ist der ja tot ich brauche nämlich ein bisschen Bohnenmehl ja das hat doch was wenn hier der Reaktor im Wasser liegt ich finde das cool ich mache erst unten das dann müssen wir hier nicht jedes mal wenn wir im Wasser sind dann kommen wir hier noch hoch das ist okay hier habe ich schon ein Teil trocken gelegt so dann mache ich jetzt mal weiter und klinge mich kurz aus warum ich weiter nach unten weil wenn ich im Wasser rum springe was bringt denn das seht ihr ja nix also ist gleich so hier ein kleiner Eindruck bei Nacht ich bin jetzt von der Tiefe Leute ich weiß es ehrlich gesagt nicht wir können ja mal hier eine Fackel irgendwie so innen anbringen so so schauen wir mal also hier ne die habe ich schon verschlossen und dann müssen wir hier eine Wand rein ziehen und zwar auf dieser Höhe ich weiß noch nicht genau ob wir das jetzt auf der dritten oder zweiten Ebene machen also noch nicht hier sondern dann die nächste ich weiß es noch nicht ich muss noch mal drüber prüfen auf alle Fälle brauche ich unten den Wartungsraum und die Decke ist ja schon drin also könnte das in der Höhe der Decke gleich sein ne also hier nicht hier sondern da das da diese Ebene na er bauts nicht Aua hier das müsste genau diese Ebene sein oder ja so so was also hier kommt ne Decke komplett rein das füllen wir dann auch wieder mit Wasser auf hier ringsrum so wie in meinem alten Reaktor das ist okay ja hier in der Mitte da müssen wir schauen da hier haben wir da da sitzt dann der Reaktor hier oben auf das ist ne Reaktorkammer dann hier ne machen wir mal irgendeinen Dreck hin oder eine Wolle oder sowas hab ich jetzt nicht bei aber ein Holz oder irgend sowas haben wir bestimmt Holz Holz so hier und der Reaktor sitzt dann hier so hab ich mir das überlegt dann ist dieses Gebäude nicht ganz so hoch ne die untere Reaktorkammer liegt hier sowieso im Wasser wir füllen den Rest sowieso komplett auf also alles was geht was nicht weg gespielt wird wird mit Wasser aufgefüllt der ganze Laden wir haben Eis das heißt ich kann mit dem Eis hier ringsrum bauen und kann es dann von oben immer zerkloppen da muss ich hier nicht einmal rein kippen bis zur Vergasung sondern ich fülle das einfach aus und kloppe das dann kaputt und dann hat sich der Film sowas in die Richtung ist viel viel bequemer so also Reaktor sitzt dann da ganz genau so jetzt hat er genau Meeresspiegelhöhe Perfekt Perfekt so und dann kann ich hier ringsrum ich habe jetzt nicht mehr viel Stein Bronze wird aber grad nachgemacht Scheiße das doch jetzt so und jetzt können wir hier die Wand rein ziehen das ist auch nochmal eine verstärkende Wand ne dadurch äh EUL da kommt dann wieder Wasser rein das ist bloß weil wir ja innen nach unten einen größeren Raum brauchen wo die Elektronik setzt im ersten Stock in die Tiefe äh wir können auch sagen wir machen da einen Steuerraum wo wir irgendwie rein kommen wie weiß ich jetzt nicht irgendwo hier vielleicht ich werde mir das überlegen ich werde mir das überlegen wo ist der wo ist der wo ist der wo seid ihr Leinen Arschlöcher ja mehr wie Aufzug mehr wie kommen kann der Aufzug nicht ne ich habe immer Angst ich komme ja mal hoch und dann steht irgend so ein Typ da so das sind 60 124 wie ich das bestellt habe herzlichen Dank dann mach nochmal hier bitte das ZIN 128 Abmarsch hier ist nochmal 6 6 mal Milchschnitte oder was das da ist keine Ahnung cool fette Welle Stein habe ich noch ne ich dachte ich hätte noch welchen gehabt im Ofen vielleicht muss ich doch nochmal bestellen ne sag bloß die haben wir weg ist ja heftig hmmm da ist noch ein bisschen ist der eine der fehlt zu dem vollen Steck guck mal da können wir auch Kupfer zur Not innen noch irgend etwas machen so ein Strahlenschutz ne sieht auch ganz nett aus, mal sehen, vielleicht fällt mir irgendwas ein dazu, den Boden vielleicht aus Kupfer vom Wartungsraum, uns fällt immer was ein, das ist auch cool hier, hier habe ich jetzt noch ein bisschen, die Grafik reingegangen, das ist schon ein bisschen besser jetzt, diese eine Kante muss noch weg, dann passen, ja, ein Stein fehlt noch, na gut, zwei Stecks sind zwei Stecks, her damit, ja, wenn man das craften muss, ist das halt schon anstrengend, dann seht ihr auch mal was da für Material weg geht, ich glaube das machen die wenigsten, die wenigsten, und da Equivalent Exchange oder andere Cheat Tools immer mehr Verbreitung finden, wird dadurch im Grunde genommen ja das auch legitimiert, ja, zu bescheißen oder nicht mehr zu craften, sondern, naja, aber damit versaut ihr euch, ohne scheißen, so, was mache ich mit dem Oranbümpel, so, dann haben wir schon mal, wir haben so viel Oran, ja, wir können den Reaktor bis zum St. Limmerleinstag betreiben, wo macht denn das Sinn, schon fertig, ey cool, dann gleich nochmal, Spezial, nein, da, Cleanstone, 256, so, ich gehe kurz ins Bett, nehme einen Schluck hier von meinem, von meiner Limo, es geht doch nichts über eine schöne Limo, und Hustensaft, und Milch, okay, genau, Stromversorgung, brauchen wir Strom da, für irgendwas, nö, ne, aber ich will so eine Art Notstromaggregat haben, so Dieselgeneratoren, nicht wie in Fukushima, wo die so schlau waren, und haben die Dieselgeneratoren, die Tanks für die Dieselgeneratoren auf Meereshöhe, also unmittelbar an der Küste gebaut, ja, wer kommt auf sowas, wer kommt auf sowas, ich meine, eine übergroße Welle und die Scheiße ist weg, hätten die diese Tanks ein bisschen höher gebaut, auf einer kleinen Anhöhe, auf einem günstig aufgeschütteten Hügel, von 10, 15 Metern, ähm, hätten sie vielleicht noch Strom gehabt, vielleicht, das ist halt so, was soll ich sagen, ich glaube, er hat einfach, ne, weil es niemand interessiert hat, und weil Kapital im Endeffekt immer den Ton angibt, haben die das einfach ignoriert, das ist denen scheißegal gewesen, und was heute dort die Auswirkungen für die, ach Gott, man kann das eigentlich nicht beschreiben, die Auswirkungen sind eine Katastrophe, dieses Land ist eigentlich unbewohnbar, es müsste evakuiert werden, man tut es nicht, man sagt es nicht, weil man ein Volk nicht in Panik versetzen will, aber die Leute und die zukünftigen Generationen tun mir wirklich leid, und das Land ist hinüber, anders kann man das nicht beschreiben, da ist Tschernobyl ein Scheißtrick dagegen gewesen, ja, was das in Fukushima letztendlich war, ich glaube, da war fünfmal mehr radioaktives Material ist im Umlauf gekommen, als in Tschernobyl, äh, ist echt bitter, das macht mich auch sehr wütend, sowas, eben aus, auch aus Kostengründen, aus, aus Habgier, aus Gleichgültigkeit, und, Habgier siegt oft über die Vernunft, und Kapital sowieso, Kapital siegt immer über die Vernunft, So, bis gleich, Moment.